in diesem video zeige ich euch den sternenlicht projektor für weihnachtsterne der projektor ist mit ip 65 zertifizierung ausgestattet wobei die stromkabel nur mit ip 44 zertifiziert sind wir haben hier auf jeden fall schon mal eine kleine quick start anleitung beziehungsweise eine betriebsanleitung in verschiedenen sprachen englisch italienisch auch in deutsch mit dabei sehr gut also einmal die anleitung dann haben wir einmal eine rf fernbedingung das heißt die geht nicht eigentlich steht zumindest rf eine anleitung drin hier ist aber auch eine infrarotlampe dabei soll aber angeblich nach rf gehen das heißt über funk radiofrequency immer ein an und ausschalter einmal flash plus und minus heißt für die helligkeit motor plus und minus um die drehgeschwindigkeit zu beeinflussen einen reset knopf um das ganze zurückzusetzen dann haben wir einmal in 12 14 und einen sechs stunden timer vorausgebild hier ist noch eine schutzfolie drauf wir schauen uns das gleiche dann an wie das in betrieb ausschaut dann haben wir hier auf jeden fall schon mal einen halter mit einem drehgelenk um den projektor hier an die feste perfekte position ausrichten zu können schauen uns auch gleich noch mal an dann haben wir hier einen standfuß hier können wir dieses teil das ganze näher anschauen wir sind auch paar schrauben noch mit drin die lasse ich jetzt allerdings noch mal hier drin zwei schwarze schrauben sind drin um den projektor hier auch fest schrauben zu können auf der seite und dieses teil kann man hier einstecken und unten mit einer schraube fest schrauben hier haben wir auf jeden fall schon mal ein drehgelenk das kann hier öffnen kann man hier die die neigung einstellen und drehen kann man es nicht aber das kann man je nachdem wie man den standfuß hier befestigt dann haben wir natürlich auch noch hier eine befestigung mit einem stachel wo man das ganze in einem in einem weichen boden befestigen kann und an der seite man kann es hier sehen da ist hier die riffelung dran dass die gleiche riffelung die man hat wenn man das teil hier abschraubt und dann hier eben wieder anschraubt also hier ist die riffelung kann ich dieses bauteil hier genauso wieder anschrauben aufpassen dass die mutter auf der rückseite nicht verschwindet dann kann ich das ganze hier auch festschrauben den projektor dann außen zum beispiel in die wiese reinstecken oder in ein erdreich oder irgendwo draußen wo man eben einen weichen unterboden hat wo man den stachel hier einschrauben kann man kann es natürlich auch innen für eine blumenerde oder sowas verwenden um seine blumentopf reinzustecken wir verwenden jetzt aber erstmal diesen standfuß hier dann holen wir mal den eigenen projektor hier raus hier haben wir ein fünf meter anschlusskabel mit einer 220 volt steckdose das ganze ist wie gesagt hier ip 44 zertifiziert projekte an sich ist ip 65 zertifiziert ist also auch wasserdicht gut so schaut das ganze hier aus hier vorne haben wir die ganzen led spots wo man die verschiedenen muster sieht auf der rückseite ist eigentlich ein kleiner aufkleber drauf und unten haben wir diese zwei löcher um eben den fuß hier mit anzuschrauben um den projektor hier festzumachen dann kann man den hier ebenso aufstellen hier können wir den je nachdem einstellen in welchem winkel wir haben hier wieder festziehen und dann bleibt er hier so stehen genau das gleiche schauen wir uns jetzt gleich mal an wie das projektionsbild ist im zweiten teil dieses videos hier seht ihr jetzt den projektor an einer wand angestrahlt der abstand momentan von projektor zur wand beträgt in etwa zwei meter man muss betrachten bzw berücksichtigen dass erst ab eineinhalb meter die objekte klar dargestellt werden vorher sind sie unscharf danach sind sie aber auch auf große distanzen sehr scharf umso weiter man den projektor natürlich von der projektionsfläche weg steht umso größer werden die objekte und jetzt zeige ich euch die verschiedenen modis also wir haben hier verschiedene blink modis haben jetzt hier gerade die dauerhafte beleuchtung dann haben wir den langsamen blink modus wo einfach langsam an und aus geht den etwas schnelleren blink modus und dann den ganz schnellen blink modus ich weiß nicht dass natürlich geschmackssache für mich persönlich ist diese blinkerei eher weniger interessant für mich ist eigentlich das stetige durchleuchten interessant jetzt zeige ich euch noch die verschiedenen modis die man über die motor taste einstellen kann das war jetzt die flash taste jetzt kommt die motor taste man kann sie langsam sich bewegen lassen die objekte und im dritten modus ist dann schnell bewegen lassen das ist dann auch schon das schnellste was man machen kann also entweder standbild langsam bewegen lassen oder schnell bewegen lassen ich meine das ist natürlich auch wieder geschmackssache für mich ist entweder diese standbild wunderschön anzuschauen oder eben das langsame bewegen ich habe gerade die fernbedingung auch noch mal ausprobiert es ist rein auch per funk zu fernbedien zu bedienen das heißt man braucht keine infrarot direkte sicht auf den projektor betriebstemperatur ist minus 20 bis 50 grad das wollte ich vorher noch erwähnen und ansonsten von der lautstärke man kann ihn ganz leise wahrnehmen es ist so ein ganz leichtes kratzen zu hören aber es ist jetzt nicht groß negativ auffällig wie gesagt es ist nicht ganz ruhig aber ganz leichte geräusche macht der projektor schon ich finde es ganz schön das darstellungslicht ist ganz nett gerade wenn man hier so im weihnachtlichen feeling ist ein bisschen so die weihnachtszeit hervorheben möchte oder während dem ganzen jahr einfach so diese stern darstellung hier man sieht hier auch unterschiedliche lichtfarben man hat hier teilweise und da stehe ich natürlich mit einem bild teilweise gelbe teilweise blaue oder weiße punkte ich weiß nicht ob die gut auf dem video rüber kommen aber gefällt mir ganz gut und natürlich für die winterzeit und für die weihnachtszeit hier die sternflocken in verschiedenen farben und formen von mir gibt es auf jeden fall eine kaufempfehlung wenn euch das video gefallen hat gerne einen daumen nach oben lasst mir natürlich auch gerne ein kostenloses abo da und wenn euch das video in einer art und weise geholfen hat würde ich mich freuen wenn ihr mich unterstützen wollt und das projekt das produkt über den link in der artikelbeschreibung hier unten einkauft ihr zahlt dafür keinen cent mehr und ich bekomme eine kleine provision dafür vielen dank fürs zu gucken und bis zum nächsten video wenn dir mein video gefallen hat abonniere jetzt kostenlos meinen kanal und gib mir einen daumen nach oben vielen lieben dank und wenn du lust hast auf twitch mir beim livestream zuzugucken geh auf twitch.tv slash arrow wings und lass auch dort gerne ein follow da wir sehen uns